Yo Leute, hi, was geht ab? Euer Hulk1 wieder am Start. Und ja, heute, ganz andere Geschichte, heute kommt der Realman mit am Start. Das hat sich jetzt alles gerade spontan ergeben irgendwie. Der hat heute frei bzw. Nachtschicht. Das ist ein ganz harter Hund. Und dann geht er mit uns noch, also mit mir noch malen. Hier wird's knapp. Und Hammerwetter, also bis jetzt 19,5 Grad um 10.54 Uhr. Alter Falter. Geht richtig gut klar. Wir haben gut viel Farben am Start und ich bin gespannter. Der wird auch einen Charakter raushauen, hat er gesagt. Uh, ich freu mich. Aber das größte Problem an der ganzen Geschichte ist, ich bin mal wieder zu spät. Wir haben eigentlich gesagt, 10.55 Uhr ist Treffpunkt. Und wir haben 10.55 Uhr und ich bin immer noch nicht da. Aber das Zeitmanagement, das ist irgendwie überhaupt nicht so meine Stärke, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber da müssen wir mal schauen. Oh, jetzt habe ich mal... Oh, jetzt. Hier. Ah, Schiebedach. Schiebedach. Naja, was soll ich sagen? Wir fahren jetzt mal den Reel einsammeln, weil der wird wahrscheinlich 5 Minuten warten müssen, der arme Junge. Und danach sehen wir uns an der Wand wieder. Mal schauen, was Gutes heute bei rumkommt. Aber ich bin zuversichtlich. Wird geil. Und richtig geiles Wetter. Ja. Bis dann. Jo, was geht ab? Eigentlich angekommener Hall of Fame. Reel ist auch am Start da hinten irgendwo. Ja, wo ist er? Da ist er. Und wir werden jetzt dann langsam mal los machen. Ich werde mir dann erstmal noch einen Döner rauslassen, weil Döner macht schöner. Und nur auf einem Döner und einem Eiran kann man eine gute Wand raushauen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Also bis dann. Passt mal auf. Ich habe gerade eben gedacht, ich habe den Schnapp meines Lebens gemacht. Ich werde richtig Party machen und ich werde der krasseste Pfandflaschenkönig der Welt. Hier. Seht ihr das? Schaut mal her. Hier. Ja, scheiße. Gibt keinen Pfand, Mann. Ich habe gedacht, das sind alles 25 Cent Pfandflaschen. 25 Cent Pfandflaschen. Weil hier, wenn man sich mal ein bisschen umschaut, sieht echt aus wie bei den Pennern. Alter, hier wohnen irgendwelche Penner oder irgend sowas. Und da habe ich echt gedacht, das ist so den ihr Gelddepot. Weißt schon, den ihre Sparkasse, den ihre Finanzen, Finanzbank. Ja, aber war wohl nichts. Gibt keinen Pfand auf die Flaschen. Na, hier. Hier fühle ich mich wohl, wo die Trains langfahren. Geile Sache. Das ist sowieso hier, muss ich ganz ehrlich sagen, richtig geiler Spot so. Wartet mal, schaut mal her. Da, wo das Silberne ist. Hier, da kann man mal was Geiles machen. So, bis da vorne auf dem Häuschen. Da ist eigentlich auch nichts Gescheites so. Boah, ich muss sagen, das Wetter ist wirklich mega gut so. Jetzt hole ich mir erstmal einen Kaffee und dann wird weiter gemalt. Baba, bis gleich. Ciao. Ja und Leute, was geht ab? Burg One ist immer noch hier am Start, auf der Suche nach einem Kaffee. Was wollte ich sagen? Diese Hood, wo ich hier bin, halt so, die Hood, wo ich bin, halt ist richtig korrekt. Da muss man auch gucken. Jedes Auto, was hupt, kann ja ein Kollege sein. Ich hole mir jetzt einen Kaffee und dann geht's weiter. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, Mann, korrekt. Warte, das ist die Message des Tages. Wasalamu alaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Ja, Leute, was geht ab? Eigentlich fertig gemalt, fertige Produktion am Ende des Videos. Ich finde es cool, dass ihr am Start gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kleine Unterhaltung vom Leben zwischendrin, wie wir einfach aktiv sind und unsere Graffitis malen. Also, und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Halte die Ohren steif. Bis dorthin. Baobah. Das war's. Das war's.